Du musst doch zufällig treffen. Ja, den muss man wirklich zufällig treffen. Bei dem hab ich das letzte mal auch daneben gesimmelt. Was hast du jetzt gemacht? Du hast mich getötet. Hä? Wieso ging denn die Bombe hoch? Warum? Wodurch? Weil er sich in dem Moment wieder... Ja, ja, ja.